Bald schon ist Heiligabend und überall auf der Welt denken Christen an die Geburt Jesu Christi, feiern die Geburt unseres Reiters. Und was könnte es für einen besseren Grund geben? Was könnte es für einen schöneren Grund geben, ein Fest zu feiern als die Geburt Jesu Christi? Und das ist eine biblische Sache, Feste zu feiern. Das ist eine gute Sache. Im Alten Testament gibt es so viele festgeschriebene Feiertage. Wie könnte man dann sagen, dass es falsch ist, ausgerechnet die Geburt Jesu Christi zu feiern? Aber das ist eben etwas, was Leute immer wieder Jahr für Jahr behaupten. Und deswegen mache ich diese Folge und ich werde diese Folge einfach dieses Jahr machen und hoffentlich reicht das dann für die nächsten paar Jahre. Denn dieser Quatsch kommt immer wieder auf. Leute, die behaupten, dass Weihnachten ein heidnisches Fest sei. Moment mal, welcher Christ, welcher einzige Christ feiert Weihnachten als heidnisches Fest? Weihnachten ist ein christliches Fest. Was feiern wir zu Weihnachten? Die Geburt Jesu Christi. Was könnte es für einen besseren, für einen schöneren Grund geben, als die Geburt Jesu Christi zu feiern? Dann kommen irgendwelche Idioten daher, irgendwelche Schwachköpfe. Weihnachten ist ein heidnisches Fest. Okay, also du feierst ein heidnisches Fest. Mach das bitte. Aber ich feiere zu Weihnachten die Geburt meines Reiters Jesus Christus. Und das ist kein heidnisches Fest. Das ist ein christliches Fest. Das ist ein guter Grund zu feiern. Weihnachten ist ein christliches Fest, kein heidnisches Fest. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, aber mit all den Geschenken und all dem Kommerz. Du musst nicht mitmachen bei Geldgier. Du musst nicht mitmachen bei Neid, bei Habsucht. Okay, aber auch Geschenke zu schenken ist eine durchaus biblische Sache. Ich meine, haben nicht die Weisen aus dem Morgenland Jesus Geschenke gebracht? Es ist nicht eine gute symbolische Sache, sich durch Geschenke daran zu erinnern, dass Gott uns seine unaussprechliche Gabe gegeben hat? Ewiges Leben? Weihnachten ist so ein schönes Fest. Vermiesse uns dieses Fest bitte nicht mit deiner Idiotie. Dieses Argument, dass Weihnachten ein heidnisches Fest sei, weil Heiden am selben Tag irgendwas feiern, ist so ziemlich das dümmste Argument überhaupt. Ich meine, was wäre, wenn ich dir verrate, dass auch an Ostern Heiden irgendwas feiern? Was wäre, wenn ich dir verrate, dass an deinem Geburtstag Heiden irgendwas heidnisches feiern, irgendwelche Götzen anbeten? Zu deinem Geburtstag beten irgendwelche Heiden irgendwelche Götzen an? Weißt du was? Heiden machen das jeden Tag. Weihnachten, Ostern oder dein Geburtstag hin oder her. Das spielt keine Rolle. Soll ich deswegen sagen, dass mein Geburtstag ein heidnisches Fest ist, weil Heiden irgendwo auf der Welt vor ihren bescheuerten Götzen niederfallen? Das werden sie so oder so machen. Die Bibel sagt in Offenbarung 22, Vers 11, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige, heilige sich weiter. Die Bibel sagt im Grunde genommen, Hey, Unrechte werden weiter Unrecht tun. Wenn jemand ungerecht sein will, wenn sich jemand verunreinigen will, dann wird er das tun. Du kannst dich nicht um alles und jeden kümmern. Natürlich werden Heiden an Weihnachten, zumindest an diesem Datum, irgendetwas heidnisches feiern. Aber ist deswegen Weihnachten ein heidnisches Fest? Ich meine, warum ist es die geweihte Nacht, weil Jesus Christus geboren ist? Deswegen ist es die geweihte heilige Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht. Deswegen ist es eine heilige Nacht, weil Jesus geboren ist. Wie kann das heidnisch sein? Das macht keinen Sinn. Wenn Heiden am selben Tag irgendetwas heidnisches, gottloses feiern, dann ist das ein anderes Fest. Das Datum spielt keine Rolle. Aber Jesus ist nicht am 24. geboren. Und? Ich meine, die Chance liegt 1 zu 365. Wir wissen das sowieso nicht. Was spielt das für eine Rolle? Und dann gibt es die Leute, die in weihnachtliche Traditionen irgendetwas heidnisches reininterpretieren wollen, weil sie einfach überall heidnische oder satanische Symbolik sehen. Was für ein Schwachsinn. Und sie missbrauchen Jeremia Kapitel 10 ab Vers 3, wo es heißt, denn die Bräuche der Heiden sind nichtig, denn ein Holz ist, das man im Wald gehauen hat und das der Künstler mit dem Schnitzmesser anfertigt. Er verziert es mit Silber und Gold und befestigt es mit Hämmern und Nägeln, damit es nicht wackelt. Das ist der Weihnachtsbaum. Siehst du, Weihnachtsbäume sind Götzendienst. Es gibt wirklich Leute, die missbrauchen diese Verse auf diese Art und Weise. Dümmer geht es nicht. Ich meine, allein von dieser Verse würde ausreichen, aber lass es uns im Kontext lesen. Was steht in Vers 5? Sie sind gedrechselt in Palmbäumen gleich. Sie können nicht reden. Man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können nichts Böses tun. Und auch Gutes zu tun steht nicht in ihrer Macht. Wenn wir nochmal Vers 3 lesen, da heißt es, ein Holz ist, das man im Wald gehauen hat und das der Künstler mit dem Schnitzmesser anfertigt. Worum geht es hier? Es geht um eine geschnitzte Figur. Es geht um einen geschnitzten Götzen. Seit wann sind Weihnachtsbäume geschnitzte Götzen, vor denen man niederfällt und sie anbetet? Zeigen wir den Christen, der vor seinem geschnitzten Götzen niederfällt? Äh, Überraschung gibt es nicht. Was ist das für ein Quatsch? Und dann in Vers 4. Er verziert es mit Silber und Gold und festigt es mit Hämmern und Nägeln, damit es nicht wackelt. Sie sind gedrechselt in Palmbäumen gleich. Sie können nicht reden. Seit wann würde jemand von einem Baum erwarten, dass er redet? Sondern worum geht es hier? Es geht um geschnitzte Götzen und Figuren, die bescheuerte Heiden als Götter verehren, als ihre Götter. Das sind meine Götter, die aber noch nicht mal reden können. Und das heißt dann weiter, man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Ich meine, wer würde von einem Baum erwarten, dass der Baum geht? Es geht hier um Götzen, um geschnitzte Bilder, vor denen Menschen niederfallen. Also nein, es geht hier nicht um Bäume, die geschmückt werden, sondern es geht um Götzen, geschnitzte Götzen, die geschmückt werden, die angebetet werden. Weihnachtsbäume sind kein Götzendienst. Was ist das für ein Quatsch? Auf der anderen Seite kann ich dir den Vers zeigen in Jesaja Kapitel 60. Da heißt es in Vers 13, die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen, Wacholderbäume, Platanen und sie pressen miteinander, um den Ort meines Heiligtums zu schmücken, denn den Schemel für meine Füße will ich herrlich machen. Wie wollte Gott hier sein Haus herrlich machen? Durch Bäume. Sein Haus sollte mit Bäumen geschmückt werden. Ach, das ist so heidnisch, der Weihnachtsbaum. Ich meine, da hast du es, was soll ich noch weiter dazu sagen? Diese Argumente sind so dümmlich, aber falls jemand irgendwie versucht, es darauf reinzufallen, ich hoffe, dass es nicht dich betrifft. Bitte fall nicht darauf herein. Ich habe dir die Verse gezeigt, es ist lächerlich zu behaupten, dass Weihnachtsbäume irgendwie Götzendienst seien. Weihnachten ist ein heidnisches Fest. Heiden feiern irgendwelche heidnischen Feste. Sie beten irgendwelche Götzen an. Das machen sie 365 Tage im Jahr. Und lass sie weiter unrecht sein. Lass sie sich weiter verunreinigen. Du kannst nichts daran ändern. Aber was du tun kannst, ist, die Geburt deines Retters zu feiern. Jesus Christus zu loben. Den Vater dafür zu loben, dass er seinen Sohn gesandt hat auf die Welt, dass er uns ewiges Leben geschenkt hat. Und du kannst Liebe zeigen deinen Mitmenschen. Ja, vor allem dadurch, dass du ihnen natürlich das Evangelium bringst. Ja, deiner ungläubigen Familie zum Beispiel. Und dadurch auch, dass du Geschenke schenkst. Und wir erinnern uns dadurch an die Geburt Jesu Christi, der uns das größte Geschenk überhaupt gegeben hat, ewiges Leben. Was könnte falsch sein in diesem Fest? Es ist alles schön. Es ist alles gut an diesem Fest. Und natürlich werden Ungläubige Weihnachten verdrehen, wo es dann einfach nur um Habsucht geht. Einfach nur um die Geschenke. Natürlich werden sie nicht unbedingt Jesus Christus feiern. Aber sollte uns das als Christen davon abhalten, die Geburt Jesu Christi zu feiern? Nein, natürlich nicht. Und vielleicht denkst du dir, ja, aber die meisten Weihnachtstraditionen sind auch gar nicht biblisch ansehen. Und was, was ich sagen würde, na und? Was spielt das für eine Rolle? Denn was könnte falsch sein an einem Weihnachtsbaum? Was könnte falsch sein an Kerzen? Was könnte falsch sein an Keksen? Was könnte falsch sein an diesem und jenem Essen? Was könnte falsch daran sein? Eine Tradition wird es dann falsch, wenn sie im Konflikt mit der Bibel steht. Wenn es tatsächlich sündhaft wird. Und Sünde ist es erst dann, wenn es ein konkretes Gebot gibt. Denn Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Ich übertrete kein Gesetz, wenn ich eine Kerze anzünde. Ich übertrete kein Gesetz, wenn ich einen Weihnachtsbaum schmücke. Ich übertrete kein Gesetz, wenn ich nicht einen Weihnachtsbaum schmücke. Es spielt keine Rolle. Was zum Beispiel falsch wäre, zu Weihnachten Glühwein zu trinken. Alkoholtrinken ist Sünde. Das wäre falsch. Das ist eine falsche Tradition. Wir müssen als Christen unterscheiden. Nicht jede Tradition ist falsch. Und wenn diese Tradition dir sogar dabei hilft, dass du dich in einer bestimmten Zeit fokussierst auf ein biblisches Ereignis, auf die Geburt Jesu Christi, hey, dann ist es doch super. Und weißt du, mir persönlich hilft das, wenn alles weihnachtlich geschmückt ist, dass ich mich fokussiere auf die Geburt Jesu Christi, darüber nachdenke und Gott dankbar bin. Vielleicht ist das bei dir nicht der Fall. Okay, ist auch in Ordnung. Aber rede nicht jede Tradition schlecht und versuche vor allem nicht, in jede Tradition irgendetwas Zeitnisches reinzuinterpretieren. Also auf der anderen Seite könnte ich doch auch versuchen, was Bibliches daraus zu machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, wir feiern Weihnachten im Winter, weil wir dann eben einen Grund haben, den Kamin anzuzünden, Kerzen anzuzünden, damit es uns warm ums Herz wird. Genauso wie es uns warm ums Herz wurde, als wir gerettet wurden. Ewiges Leben bekommen haben. Warum nicht? Was könnte falsch daran sein? Aber siehst du, genauso wie irgendwelche Idioten irgendeinen Quatsch reininterpretieren, dann behaupten, dass Weihnachten ein heidnisches Fest sei, könnte ich auch genauso Traditionen nehmen, die vielleicht nicht unbedingt in einem direkten Zusammenhang mit der Bibel stehen und etwas Schönes, Biblisches daraus machen. Warum nicht? Und vielleicht gehörst du aber zu den Leuten, die sagen, ich will Weihnachten gar nicht feiern, denn für mich ist das so eine große Versuchung mit all den Geschenken, ich will nicht habsüchtig sein, was auch immer. Hier ist das Ding, wenn du nicht Weihnachten feiern willst, Gott segne dich. Das ist kein Problem, denn die Bibel sagt in Römer Kapitel 14, Vers 5, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wenn du ein Fest nicht feiern möchtest, Gott segne dich, Gott sei mit dir, ich habe kein Problem damit. Die Frage ist aber, was deine Begründung ist. Ist deine Begründung, ach das ist ein heidnisches Fest und ihr seid alle Heiden und lästert Gott, wenn ihr Weihnachten feiert. dann bist du behindert, dann hast du ein verdammt großes Problem. Das ist dumm, sowas zu sagen. Aber wenn deine Begründung ist, okay, ich möchte das nicht feiern, einfach weil ich keine Lust darauf habe, ich kann jeden Tag die Jesu Christi feiern, ich brauche nicht irgendein Fest dazu oder das ist eine Versuchung in irgendeinem Bereich für mich, okay, dann ist das in Ordnung. Niemand ist dazu verpflichtet, ein Fest zu feiern, niemand ist dazu verpflichtet, ein Fest nicht zu feiern. Du kannst es selbst aussuchen, die Bibel sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss, aber behaupte nicht, dass ein eindeutig biblisches Fest ein gutes, schönes biblisches Fest ein heidnisches Fest sei. Es gibt wirklich Leute, die behaupten, auch wenn ihr Weihnachten und Ostern feiert und nicht den Schabbat, dann lästert ihr Gott. Das ist so lustig, denn diese Leute, die das sagen, diese Hebrew Roots Leute, das sind die Leute, die Gott lästern, die ihren Schabbat feiern wollen. Sie lästern Gott wirklich, denn was sie damit sagen mit ihrem Schabbat ist, dass Jesus noch nicht gekommen ist, dass Jesus nicht der Christus ist, dass sie auf einen anderen Retter warten. Denn wenn wir an Christus glauben, dann sind wir in seine Ruhe eingezogen. Dann haben wir jeden Tag Schabbat, weil wir von unseren Werten ruhen und durch Glauben gerettet sind. Aber diese Leute, die sind nicht gerettet, die Schabbat feiern wollen, ihren Schabbat, warum nicht einfach Sabbat, aber das sind eben Judaisierer diese Leute, halte dich fern von diesen Leuten, das sind Schwachköpfe und ob du Weihnachten feiern willst oder nicht, das ist nicht wirklich der Punkt, worum es hier geht, ist, dass Weihnachten ein schönes und ein gutes Fest ist, ob du das feiern willst oder nicht. Aber sag bitte nicht, dass es ein heidensches Fest sei, es ist ein biblisches Fest, es ist ein gutes Fest, es ist ein schönes Fest und ich persönlich hoffe, dass du die Weihnachtszeit wirklich dafür nutzt, Jesus zu feiern, die Gebote Jesu Christi. Was könnte es für einen besseren Grund geben, um ein Fest zu feiern? Und in diesem Sinne wünsche ich dir frohe Weihnachten, Gottes Segen für das neue Jahr. Bis dahin. Gottes Segen für das neue Jahr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020